Na, Frau Lehrerin, wie sind die Testergebnisse? Teddy, du, mein Freund, bist Legastheniker. Zusätzlich hast du eine Diskalkulie. Genau das hab ich. Wir sind noch nicht fertig. Zusätzlich hast du wohl ADHS. Das kann nicht sein. Ich hab auf gar keinen Fall AIDS. Ich lass mich alle halbe Jahre testen. Mach. Willkommen in der Abendschule. Wir müssen vier Jahre Highschool in ein Semester stopfen. Studiengruppe, Studiengruppe, Studiengruppe. Ja. Hammer! Ich glaub, seine Mutter hat ihn mit Bier geschnitten. Auch die konventionelle Art zu lernen, wird nicht funktionieren. Warum sind wir in einem Ring? Was ist die Wurzel aus 81? Was? Was ist die Wurzel aus 81? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Die Morte! Die Morte! Oh mein Gott! Bei der beißt man auf Granit. Ihr besteht die Zwischenprüfung oder ihr fliegt raus. Wir müssen den Test klauen. Willst du mir erklären, wieso du die volle Punktzahl erreicht hast? Ich weiß, dass ich nicht die volle Punktzahl hab, weil ich ein paar Fragen absichtlich falsch beantwortet hab. Oh! Verräter leiden später. Was? Ich fahr zur Arbeit. Kommt und holt euch Gottes bestes Hechtchen. Teddy, das Kostüm, das du da trägst, ist extrem dumm. Ich bin genau da, wo ich hingehöre. In der Frassfoodbude neben einem Stripclub? Wenn ich mich perfekt hinstelle, dann hab ich gleichzeitig Kakaobutter und Fried Chicken in der Nase. Sieht das sofort aus, du wirst diesen Test zeigen. Wollt ihr euren Abschluss haften? Ja! Machen Abgang, Ditch! Machen Abgang! Bist du bereit? Ich werde da nicht mitspielen. Wie heißt die Hauptstadt von Belgien? Ähm, Waffeln? Was? Das ist die falsche Antwort! Du sollst hierbleiben! Langsam fängst du an zu nerven. Wasser besteht aus... Steck nach! Es ist ein Gas! Zwei Teile Wasserstoff und ein Teil Sauerstoff! Teddy, total richtig! Das riecht so komisch. Das ist ein Gas. Hast du mir grad ins Gesicht gefurrt? Ich hab's im Mund, meine Lippen sind schon aufgesprungen. AmourРЕ anything! Bei der Ballen Ersten nurthalien masculine.